Hier nur kurz gezeigt, was eine Ligatur ist. Man sieht es hier deutlich, eine Verschmelzung von zwei Buchstaben, können auch mehrere sein, zu einem Buchstaben. Zweck war das schnellere Schreiben oder früher im Druck, dass man praktisch hier statt zwei Buchstaben ein Bleiletter verwendet hat. Also hier nur einen Stempel, wo beide Buchstaben drauf sind, einfach zur besseren Lesbarkeit und die Optik war hier auch besser. Wie stellt man sowas im Word ein? Ich habe es hier oben jetzt schon mal formatiert. Wenn wir das hier haben wollen, Text markieren, dann hier bei Schriftart. Hier normalerweise ist dieses Fenster so offen. Dann hier auf Erweitert und hier bei Ligaturen, hier kann man natürlich auswählen, Standard, Historisch, Kontextbezogen. Wir nehmen einfach mal alle her und sagen OK. Und dann habe ich hier entsprechend diese Verschmelzung FF. Dann CH hat man, CH, TI und dieses FL noch. Allerdings muss man hier aufpassen. Hier ist die Schriftart Calibre eingestellt. Wenn ich hier zum Beispiel Times New Roman verwende, dann habe ich das eigentlich nur noch hier. Hier kommt es nicht mehr zum Vorschein FF, TI. Schauen wir mal noch bei Arial, wie es da aussieht. Da kommt es dann überhaupt nicht mehr raus. Okay.